Servus! Heute mal wieder auf Scouting-Tour, aber in der Nähe der Berge bzw. am Fuße der Berge an hier so einem Flusslauf entlang. Schauen was mich hier erwartet und würde mich freuen wenn es dabei bleibt. Viel Spaß mit dem Video! Flo, für dich, schau mal was ich hier gesehen habe. Hier könntest du mit dem Geologenhammer ganz schön arbeiten. Nächstes Mal. Ich versuche jetzt mal irgendwann über den Bach zu kommen, weil da drüben schaut es irgendwie interessanter aus. Wie schon erwähnt, ich bin auf Scouting-Tour am Fuße der Berge und ich glaube, ich habe mein nächstes Abenteuer gefunden. Und zwar gibt es ja immer wieder Bäche, die hier von oben aus die Berge kommen und den Hauptfluss da unten speisen. Also man sieht auch, ich weiß gar nicht, sieht man das? Ich denke schon, da gräbt sich halt auch das Wasser seinen Weg. Hier ist zum Beispiel wieder auch so ein Fluss. Naja, Bacherl. Also ich denke, das sollte funktionieren. Jetzt schauen wir uns erst einmal um. Im Moment ist alles sehr steil. Jetzt weiß ich auch, warum hier der Weg hochgeht. Und der blöderweise hier auch endet. Na scheiße. Trinkwasserbrunnen. Blöderweise endet der Weg jetzt aber hier. Das kann jetzt nicht wahr sein. Direkt da oben ist ein Hochsitz. Und ich dachte, ich bin jetzt tatsächlich rein in der Pampa entlang gelaufen. Aber Pustekuchen. Dann schauen wir mal, was man von hier so alles sieht. Oh, da wird's nass. Man sieht hier deutlich, also der Weg wird genutzt. Da ist abgetretenes, abgetretene Vegetation. Ich drehe mal die Kamera. Da war der Hochsitz. 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 Ob ich mal da oben entlang gehen soll. Ich probier's mal aus. Ich tipp mal drauf, dass dieser Jägerstand einer der schönsten ist, den man haben kann. Das ist mal ein geiler Ausblick, oder? Da hinten rein. Super. Ja, der hat echt einen schönen Jägerstand. So, was ist das da hinten? Ich weiß nicht. Geil. Einfach nur geil. Ich werde jetzt noch ein bisschen da entlang gehen, schauen was da noch kommt, aber mit Blick in den Himmel fürchte ich, macht es Sinn, langsam aber sicher wieder den Rückweg anzutreten. Geiler Scheiß. Ich glaube, jetzt hier mache ich mal ein kurzes Päuschen. Und dann werde ich den Rückweg antreten. Das schaut doch geil aus. Ja, das mag ich euch nicht vorenthalten. Also hier ist jetzt meine Lagerstelle. Beziehungsweise raste ich jetzt ein bisschen. Wir sind auf, ich denke mal, irgendwas. Laut meiner Uhr sind wir auf 850 Meter Höhe. Ich muss jetzt gleich noch mal auf die Karte schauen. Aber das müsst ihr mal sehen. So lässt sich das aushalten. Lässt sich aushalten. Und da, da drüben, vielleicht zoome ich da gleich mal ran, vielleicht klappt das. Da ist auch noch mal ein Weg. Habe ich gerade gesehen. Das heißt, beim nächsten Mal werde ich da drüben auf der anderen Seite den Berg entlang gehen. Und mal schauen, was mich da so erwartet. Ach ja. Ist auch eine geile Stelle hier. Jetzt werde ich mich dann langsam aber sicher zusammenpacken. Den Rückweg antreten. Angeblich ist hier nochmal so ein Weg, auf den ich dann treffen werde. Und dann kann ich in so einem Loop wieder zurück gehen. Das Gebiet hier wäre schon prädestiniert für so einen kleinen Overnighter. Ja, das hätte schon was. So, jetzt muss ich nochmal kontrollieren, ob ich jetzt hier auf dem richtigen Weg bin. Ja, ich befinde mich schon wieder auf dem Heimweg. Es geht gut bergab. Ich gehe nicht davon aus, dass noch irgendwie viel passiert. Dass noch irgendwas interessantes kommt. Und von daher sage ich euch Servus. Danke fürs Reinschauen. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Oh, da geht es runter. In dem Sinne macht es das gut. Geht es raus, erlebt es was. Servus. ... ... ...